Dauert ein bisschen länger heute, sorry. Ja genau, ich bin heute mal hier. Cornel, Nixter, Hermann. Boah, geil! So, gucken wir mal, was es hier so schönes gibt. Trainingssachen, die kennen wir ja. Hallo! So, dann einmal den Schal hier, ne? Mit Autogramm. Mit Autogramm sind wir da noch drauf? Das kriegen wir, glaube ich, sogar hin. Hier gibt es immer kostenlos dazu, die Autogramm. Ach so, jetzt mach ich den rein und 2,05 Euro für die Chance. Ach, das Klackern heißt hier erstmal nur sicher, oder? Ah! Ah! Ich wollte nur mal gucken, ob es funktioniert. Bist du jetzt auf das hier, oder? Ja, müssen wir mal noch gucken, wie es läuft heute. Heute ist Probearbeiten und wenn ich das schaffe, bin ich öfter hier. Sehen wir uns nächste Woche. Sie sehen aus wie einer der Borussischen Medien. Echt? Ich werde schon öfter gefragt, die verwechseln mich alle mit dem hier. Ab und zu. Ab und zu. Ne, ich bin es ja. Heute bin ich beim Fanshop tätig. Ja? Ja genau, ich bin heute mal hier. Ich bin strafversetzt heute, Tatsache, ja. Letztes Mal war ich zu spät und dann musste ich hier. Ne, Quatsch. Ich brauch dich, glaube ich, mal kurz. So. Ist da auch noch sicher? Ne. Doch, da ist einer. Ja, hat mal gut geklappt. Wir haben gar keine 100er hier. Guck mal. Ist ja fast wie bei Big Brother hier. Hier, Kamera, da oben ist noch einer. Ne, nicht passend. Ah, Mist, war ich zu schnell. Ich bin gleich wieder weg, der Fehlbetrachter. Das ist euer Ding heute Abend. So, was kann man hier noch so machen? Gibt es hier YouTube oder sowas hier drauf? Nix. Boah, hier ist ja die Hölle los heute. Ist die gekommen? Gehe ich mal auf die Toilette? Ihr habt da bestimmt eine hier. Da bin ich wieder. Ach, da ist ja schon was los hier. Kann man nicht mal keine 5 Minuten Pause machen. Hast du es denn geschafft? Oder soll ich dir noch helfen? Geht so gerade. Aber ich bin froh, dass ihr jetzt wieder da seid. Ja. Läuft richtig hier heute. Echt jetzt? Doch noch? Gibt es doch nicht, ey. Ja, die gibt es auch noch. Die gibt es auch noch. Aber schöne Schriftgut ab für einen Mann. Ja, ich bemühe mich. Und sie waren so nett zu mir. Jetzt kriegen sie sogar noch ein Trikot geschenkt hier. Weil es echt sehr angenehm mit ihnen war. Wo ist denn eigentlich der Tresor hier? Ich gehe gleich mal suchen. Hier? Kann ich mal sagen. Soll ich es mal einfach machen, wie ich denke das geht? Mach, mach, mach. Ich denke das geht nämlich so. Dann muss man das da oben so drüber ziehen. Stopp. Hier, von so. Von hier über so. Wie? Falsch rum? So rum? Genau. Achso, falsch rum. Ich dachte, das passt doch gar nicht. Da muss der Rest offen. So, jetzt ist es total locker. Ah. Ich wollte gerade sagen, da muss irgendwo ein Hermann die. Eine Sieben Friedrich. Hermann, da, da. Ah, und das Recht ist Kinder, ne? Genau. Und zack. Dann würde ich das jetzt mal so positionieren hier. Warum ist das nicht aneinander eigentlich? Ah, das sind Markierungen. Haha. Dann macht man nämlich jetzt so hier, guck mal. Das weiß ich auch. Dann fährt man das so drüber. Und dann... Ah. Und dann drückt man nur so drauf. Perfekt. Aha, machen wir. Machen wir das so. Das ist ja voll easy. Na, da guckste. Und dann ist das fertig. So, jetzt kann mal wieder was gekauft werden hier. Kornel. Nix da. Hermann. So. Das ist aber noch ein ganz schlimmer Laden hier. Weil hier greifst du immer bei irgendwas zu. Wirklich. Hier kannst du ja gar nicht durchgehen und nichts kaufen. Das geht gar nicht. Wirklich nicht. Halswärmer. Du, 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 du. Fußbälle. Du, 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 du. Fußbälle. Boah, der ist so platt. Bereit? Ja. Weiter geht's. Ja. Auf, der kommt jetzt. Warte. Nochmal. Und jetzt. Zack, zack, zack. Ja, der kann kicken, der Kleine. Stopp. Und jetzt schießen wir den Kameramann ab. Ja, ich geh schon mal in die Kasse. Dann kassier ich dich gleich ab. Hermann, 4,3. Nochmal. Hermann, nur noch 4,3. Jetzt aber. Kann doch nicht sein. So, wo sind denn die Kindersachen? Dann guck ich mal. Vielleicht find ich noch was für meine. Gibt's irgendwas, was es nicht von Berufsvergibt? Irgendwas. Sag mal irgendwas. Geschenkpapier. Gibt's kein Geschenkpapier von uns. Wie, ne. Marktlücke. Müssen wir zuschlagen. Hier gibt's wirklich alles. Alles. Aber kein Geschenkpapier. Das ist ein Armutszeugnis. Wer ist der Verantwortliche? Kundschaft. Da ist er doch. Und, hat's geklappt? Ist noch heiß, die Tasse? Oder hast du ihn drauf gemacht eigentlich? Oder weißt du was? Wir machen das so. Du kriegst die Tasse von mir und das machst du ins Sparschwein rein, ne? Sollen wir das so machen? Ja. Komm, dann kriegst du die Geschenk. Und weil du echt so gut gekickt hast mit mir, kriegst du auch noch ein Trikot dazu. Guck mal. Ne? Hat's ja gelohnt heute. Dann liebe Grüße. Mach's gut. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao. Jetzt ist ein Fehlbetrag wirklich da. Wir teilen das unter allen auf, die gearbeitet haben. Macht man doch so, oder? Wir müssen auch irgendwas jetzt mal an den Mann bringen, was eigentlich keiner hier kauft. So, eben so einen Ladenhüter. Den müssen wir jetzt einmal loswerden irgendwie. Oh. Ein bisschen Kräuter, ne? Absacker. Alles klar. Eigentlich müssen wir ja mal gucken, ob die funktionieren. Weil nachher funktionieren die nicht, ne? Dann können wir gleich mal gucken. Ich steck mal einer ein. Wir haben eine gute Auswahl hier. Können wir mal gucken. Ja? Finn bestimmt was. Boah. Boah. Der ist so schwer. Die Borussia-Pullys. Die sind genau nämlich, sind die ja, die sind hier. Die sind genau hier. Oh, die gehen gut, ne? Ja. Die gehen ja richtig gut. Ja. Packen Sie eigentlich noch Sachen ein, als Geschenk? Äh, wir haben kein Geschenkpapier mehr von Borussia. Als Kamera gibt's nicht mehr, leider. Ich finde das auch eine Frechheit. Also wirklich, Geschenkpapier sollten wir mal haben als Borussia Mönchengladbach. Einfach so ein Vorbeigehen, so. Mach ich einfach mal so. Papp. Warte mal, ich komm mal mal. Wer macht sauber? Immer der, der fragt, ne? Haben wir gesagt. Mach mal so. Boah, geil. Also das Ding ist ein Geld wert. Wirklich. Das Ding. Nein, die kleben. Das Ding ist kein Geld wert. Der da. Ja. Das plug ist ein Geld wert. Hier ist mein Geld wert. Vielen Dank.